Meine erste Begegnung mit Srimataji Nirmala Devi Das war in der Schweiz, in einem Theatersaal von einer Schule. Srimataji ist in der Schweiz mit einer Stunde Verspätung gekommen. Sie ist in einem weißen Sari gekommen und sie ging in der Allee. Plötzlich standen zwei Schweizer, wahrscheinlich reiche Leute, gut gekleidet und sie haben Srimataji die Uhr gezeigt. Wir sind in der Schweiz, sie war zu spät. Und Srimataji, majestätisch, ist weitergegangen und hat einfach gesagt For God, there is no time. Das hat mich fasziniert. Das hat mich fasziniert. Das hat mich fasziniert. Das hat mich fasziniert.